Es war einmal vor langer, langer Zeit im fernen Fantabula Rasa, wo ein Baby geboren wurde, das eine wunderschöne Prinzessin werden sollte. Dann tauchte diese blöde, fiese alte Hexe bei ihrer Taufe auf und belegte die Prinzessin mit einem Fluch. Wenn sie vor ihrem 18. Lebensjahr von irgendetwas gestochen würde, dann würde sie und jeder im Schloss in einen tiefen Schlaf fallen. Einfach so. Gute Nacht für 100 Jahre. Bis jemand vorbeikäme, der kann auch ohne Pferd vorbeikommen, muss aber die Prinzessin ganz doll lieb haben und ihr einen Kuss geben. Aber ihr Papa, der König, hatte immer noch schreckliche Angst, dass die Hexe wiederkommt und seine kleine piksen könnte. Deshalb ließ er für sie eine Rüstung anfertigen, die sich ja ganz schön schwer und unbequem war. Und sie musste das Ding dauertragen, bis sie schon fast erwachsen war. Im Schloss? Von Fantabula Rasa. Seid ihr etwa Meerjungfrauen? Was, Alter? Ganz schön forsch, der Dorsch. Hört auf rumzustressen. Sehen wir aus wie Fischweiber? Wir sind Schermann und Herrmann. Die Meerjungmänner. Noch nichts von unserem neuen Tape gehört? Fettes Boot, aka Seesternet Deluxe? Auch bekannt als absoluter Beschwimmer. Hm? 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 Es war einmal eine Prinzessin. Ein böser Fluch lag über ihr. Aber an ihrem 18. Geburtstag, Punkt Mitternacht, sollte der Fluch für immer gebannt sein. Haha, das glaubst aber nur du. Willkommen bei Rufkäppchen TV. Jeder ist hier. Ich sehe den gestiefelten Kater. Wo sind denn hier die Mietz? Schneewittchen. Was hier sind die sieben Zwerge? Schon bald bekomme ich meine Rache. Wie um alles in der Welt wollte sie mich denn hiermit in den Finger stechen? Vielleicht, wenn man hier irgendwo drückt? Upsi. Autsch. Wir sind hier so schnell wie möglich raus. Mit Vergnügen. Warum sind dann alle eingeschlagen? Das ist alles meine Schuld. Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Wohlkommen. Wir müssen jemanden retten, der unsere Hilfe braucht. Jack, lass mich runter. Da gibt's nur eins, Zwerge. Augen zu, marsch, marsch und durch. Natürlich. Seid ihr etwa Meerjungfrau? Seid ihr aus wie Fischweiber? Wir sind Schermann und Herrmann. Die Meerjungmänner. Da würde ich meine Flosse nicht rein tunken. Vielleicht haben wir ja keine Chance. Aber wir werden sie nutzen. Ja. Gibt ihr das? Das haben sie nur vor. Diese zimpeligen kleinen Kreaturen. Und stehst du mal mit dem Rücken zopper? Hat die mir Jack gemacht? Ich bin Jack. Hab'n Burnout. Ein Kino-Spaß für die ganze Familie. Mit Otto Varkes und den anderen Originalstimmen der Zwerge. Mit Sascha Grammel, das Boot, Nina Hagen und vielen anderen. Ich hasse es. Einer für alle und alle auf ein Ei. Der siebte Zwerg. Demnächst im Kino. Schach.